Die Corona-Krise geht an die Nerven, je länger, je bohrender. All die Toten, all die bedrohten Existenzen und immer die Frage, wie soll das alles werden? Schaffe ich das? Was wird aus uns? In diesem Sonntagsevangelium gibt es einen Satz, der hat mich angesprungen. Kurz vor seinem gewaltsamen Ende zieht Jesus eine Bilanz seines Lebens. Er denkt an seine Freunde, an seine Jünger und er sagt zu Gott, du hast sie mir gegeben. Und ich habe gedacht, ja genau, das möchte man. Jemandem anvertraut sein, wissen, dass sich einer interessiert und dass man gehalten ist. In all den Problemen und Krisen des Lebens irgendwie gehalten. Das klingt ein bisschen nach Kinderglaube, ein bisschen naiv. Als Erwachsene wissen wir ja, dass es keinen Supermann gibt, auch keinen Supergott, der uns vor Unglück und Not bewahrt. Sonst gäbe es diese Pandemie gar nicht erst. Und trotzdem, glauben zu dürfen, selbst in großer Not letztlich nicht verlassen zu sein. Um nichts anderes geht es, wenn es um Gott geht.